Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur nächsten Folge King of the Hill, richtig? Ja ne? Richtig, richtig. So, mit dabei sind Crabzone, Ralfingalpy, Kresator, Paddy Smile und... Hab ich jemanden vergessen? Ich weiß es nicht. Und die und den Floh. Der FNC. Oh, die hat's schon wieder geschossen. Floh? Östlich von dem Hochhaus vom Ding, äh, von dem Hochhaus direkt gemacht, das ist einer an dem Mini-Haus direkt ging über Verstrasse. Da rastet einer richtig raus gerade. Ja ne? Musik. Hier kriegt grad einer her vor mir, aber den schnapp ich mir jetzt, wenn ich den kriege. Musik, ich komme. Ich bin tot. Ach, der ist direkt, wenn du rausgehst im Haus gegenüber. Der hat mich. Alter, warte, wie hat denn darauf reagiert? Warte, ich räche dich, ich räche dich. Scheiße. Wieso riechst du mich? Ich bin doch gar nicht tot. Hier, wer ist ein im Haus und... Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, das eskaliert schon wieder. Könnt ihr jemanden wiederbeleben? Wer ist denn das eigentlich? Cresator, wo bist du? Tot. Irgendwer kann... Ach nee, kann doch nicht. Warte hier. Komm, scheiß drauf, Alter, volles Risiko. Please wait here on me. The hummingbird. I want to come with you. Du redest vorher auf dem globalen Channel. Kann ich dich den, äh... Ach, ist das global? Ja. Heile grad den Wuzi. 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 Wir kommen nicht wieder. Ich schaff das, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, wie lange das dauert. Der ist von FNC. Hat er so'n Inventar. Fish and Chris, baby. Wow! Da innen landen grad einige. Ich muss schnell machen, sonst bin ich gleich toter Mann. Komm, komm schon, schnell, 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 schnell. Ich lebe, ich lebe. Okay. Lauf los. Ey, man kann nicht in den Shop, weil die Leute im Weg stehen. Warte, ich kann nicht gleich. Vor allem ist der Typ. Gar nicht da. Der lebt noch. Der die Waffen verkauft. Ich bin wiederbelebt, aber irgendwie ist er weg. Ich bin hier, ich bin reingerannt. Ich bin rausgegangen. Ich bin rausgegangen. Ich bin rausgegangen. Ach, ich hab dich gerettet. Wuzi ich gar nicht. Loll. So, tu wieder auf Englisch. Lano, irgendjemand hat mich gerettet. Please speak. Ja, ich war das dann wahrscheinlich. Weil es genau in dem Moment war, wo du es gesagt hast. Komm, schau doch. Einfach rüber, einfach rüber. Ich bin grad rausgegangen. Wo sind die ganzen Gegner, Mann? Die sind gerade hinten gelandet. Alle mit dem Fallschirm. Okay. Bist du beim Kacken aus dem Steinhaufen, oder? Ja, mich hat da gerade auch einer. Bist du ja echt jetzt Paddy's mal hier? Flodo bist bei mir aber inweitet. Mentor und Paddy's mal hier. Wer hat das denn jetzt geschrieben? Oder gesagt? Ne, das war einer vom GTO. Ah, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Also ein jüngerer. Ich hab keinen Plan, wo die sind. Ist doch von einer lang geschlichen, aber ich weiß nicht, wo der hin ist. Auf jeden Fall macht mir das Spielprinzip hier sehr viel Spaß. Ja, es ist halt mega viel Action, aber das ist auch nicht so. Sehr viel. Nein! Nein! Oh! Faaack! Ah, ich räch dich, ich räch dich, ich räch dich. Ja, Vorsicht, der kommt da. Zwei, zwei sind da. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Pass auf. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Bei der Mauer. Beim Baum. Ah, come on. Scheißleck. 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 Reisemann. Wenigstens hab ich einen. Ist da einer von... Ralf ist in der Nähe. Ralf, du musst den Enten. Pass auf, da ist einer. Einer ist da auf jeden Fall. Da war einer. Ja, das war der. Ich hör da noch ein paar Schüsse. Boah, hier ist die Fläche so offen. Wann aber wo ich gerade bin einfach. Ralf, da ist doch einer direkt. Wenn mich jetzt einer sieht, bin ich sofort ein toter Mann. Pass, wo ist noch einer direkt, wird's mich verarschen, man. Ich hab grad einen getötet. Da ist noch einer. Okay, du da direkt ist auf jeden Fall eine krasse Ansage. Wo brauchst du die? Direkt vor dir, direkt vor dir. Na nicht direkt vor mir, kann nicht sein. In dem Haus, in dem Haus. Okay, warte, warte, ruhig dich mal. Okay, Satan, beleg mich wieder. Ich beleg dich gleich, warte. Ralf gibt Deckung. Naja, ich weiß nicht. Er sagt, was nächstes mal töst du ihn einfach selber. Bevor du mich so total verrückt machst. Ich hab ihn gesehen. Töte ihn. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, Paddy. Ja. Wuhu. Glocke aus der Hüfte, no scope. Oh, Hilfe. Ich hab's in der Hüfte erwischt. Oh nein. Oh, Strider. Ifrit. Aber nicht unser Ifrit. Nicht unser Ifrit. Nicht unser Ifrit. Oh nein, nein, nein. Ich hab aborted, ich hab aborted. Ich muss hier weg, sorry. Okay. Geh weg. Es geht sogar aborten. Alter, alter. Strider, hau ab. Der eskaliert hier. Ich hau auch ab, ich hau auch ab. Alter, was war das denn? Sorry, Leute. Oh, 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 oh. Alter, er fährt ja grad bei uns zu lang. Dankst du mir, ob er weg ist? Ja, das war der. Mitten in Kavala. Witten im Markkurs. Boah, mein ich will auch was sehen. Ich kann mich bewegen. Ralf, schießen die Reifen zusammen? Ja, hinten links schieß ich. Gibt's nur ne Linksanzeige eigentlich? Ja, ich hab nen Raketenwerfer. Ne Linksanzeige gibt's nicht. Muss nur wiederkommen. Weil ich wurde grad schon bestimmt viermal getroffen und bin immer noch nicht tot. Und hab mich jedesmal wieder geheilt. Also bin noch nicht gestorben. Gleicher Weg. Bin wieder bei dir. Jetzt, jetzt geht's. Super. Ich geb dir Deckung, ich geb dir Deckung. Da sind wir zwischen den Gebäuden. Genau, zwischen den Gebäuden nach links. Genau, schau da hin. Da war auch wieder was. Oh mein Gott, oh mein Gott. Spannende. Warte, wir uns gleich. 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 Das wär schon fertig, weil du hundert Prozent gesagt hast. Ja. Dankeschön, Alter. Da landet einer, da landet einer. Nein, ich hab ihn. Ne, doch nicht. Rein, 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 rein. Ich hab keine Waffe. Wo ist meine Waffe hin? Wieder eine Waffe ist weg. Ja, meine Waffe ist weg. Dein Altium hat immer irgendwo rum und das verschwindet, so wenn du lange tot bist, deswegen. Ah, nein. Du musst jetzt aber... Du schießt nicht schon jemanden um. Ja, ich bin... Ich bin Presse-Sprecher, ich nehm das alles auf. Friesengebiet. Ja, genau. Was geht hier so ab? Komm lieber mal hier mit, sonst heil dich nicht mitten im Offenen. Vorsicht, da kommt Ifrit. Er ist... Ifrit, Ifrit, Ifrit. Kommt da gerade hin, wo wir sterben. Wo gestorben bin. Ist hier doch auf dem Balkon jemand? Wo falsch? Ich hab ihn, ich hab ihn. Gute Aussagen. Ja, dann geht er hoch und holen die Waffe. Hier? In dem? Ja, wo ich... Komm her, komm her, komm her. Okay. Wo ist der? Patti, oder? Da hab ich ihn gekillt, oder? Dann hab ich ihn gekillt gerade. Ich wusste der. Patti, ne? Ganz weit hinter, die fallen die hier nie. Komm hier zu mir ins Haus. Drück einmal Escape oder drück einmal Ding und dann kommst du mir ins Haus. Ach so, ich bin bei Reif im Haus. Ja, gleich ins Haus. Andere Seite, da stand Reif, der dich killen können, ne? Ach, da bist du, okay. Boah, das sieht einfach als gleiche aus, ey. Der hat ne Katiba. Sehr schnell. Nimm sie dir. Ja. Endlich. Guck mal, ob er Waffen oder sowas dabei hat. Äh, ob Munition für die Waffen, mein ich. Ja, ich guck gleich mal. Auf jeden Fall nicht schlecht. Sechs Magazine läuft. Boah, nice. Läuft. Boah, nice. Ich hab nur noch zwei, drei sowas. Muss man ne Granate werfen oder sowas. Aber nur hier in dem Bereich zu sein, das bringt keine Punkte, ne? Ne, doch, 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 ab und zu hin und wieder kriegst du mal 100 Punkte da. Wie jetzt gerade bei mir. Ja, bei mir auch gerade. Aber der Kreis ist rot, das ist schon mal gut. Kannst du auf jeden Fall halten. Ich komm gleich mit dem Pickup angefahren. Oh. Selbst... Bring mich hier fast selbst um, ey. Self-Crenate, ich hab's gesehen. Oh. Da hängst du in der Leiche so auf halb acht. Auf halb acht. Ja, guck mal, die Arme, die sind in Richtung halb acht. Ja, das stimmt. Oh, mein Gott. Leute, die sind aus dem Uhr. Ja, mal ab acht bleib. Ah, was hat der so cooles? Ah, ich will jetzt hier nicht sterben. Dann würde ich da weggehen, weil überall rumgeballert wird. Okay, überall rumgeballert wird. Kannst du mit Deckung? Guck mal. Da ist einer gelandet. Hab ich, hab ich, hab ich. Hast du, hast du. Ich hab ich, ich hab ihn. Boah, Alter. Was ist das denn? Da ist noch einer. Fuck, wo, wo, wo? Da hinten auf. Auf der was? Hu, hu hu hu. Ich hab ihn, ich hab ihn. Wir werden die geilsten Soldaten, ey. Wir werden so gute Soldaten, sag's euch. Ja. Ich hab ihn aber. Boah, hier ist der voll action. Geile Ansage, Mann. Welche Sternsage. Ich fleiche die ganze Zeit durch die Gegend, sehe keine einzigen Feinde. Ich versuch's in eure Richtung zu kommen. Wo ist die Muni? Wo ist die Muni? Ich brauche Muni, Mann. Hä? Da hat doch hier grad noch Muni. Marktplatz und Krawallers in welchen Gebäuden? Gleich im Gebäude. Boah, hier ist ne geile Sniper-Position. Perdi, komm mit. Perdi, komm mit. Ich brauch dich. Ja, ja. Da schießt wieder irgendjemand. Ah, wer ist das? Er ist Lieb. Flo ist das. Ich dachte schon, ist Flo? Ich bin bloß nicht in der Gruppe. Ja, komm mit. Komm mit, Flo. Oh, oh, oh. Na komm, den schnapp ich mir. Dahinten landen welche. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Da, da vorne. Da redet einer. Oh, nee. Hier ist nur ne offene Fläche und keine Decke. Da landet einer auf dem Krankenhaus. Ah, dahinten ist einer. So, ein Bruder Mann. Hab ich den getötet, ja, Mann. Ja, du hast einen. Nice. Oh, dahinten ist einer. Oh, gut. Der kommt. Ach, den hat Reif getötet. Ich geh hoch, ich geh hoch. Pass auf. Da ist sogar einer! Ja, da waren doch zwei. Da hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Ich hab keine Muni mehr. Da waren zwei da oben, da waren nicht zwei drin. Da waren zwei. Da kommen wieder welche Fallschirme direkt über uns runter, über uns direkt hin. Achso, das sind unsere, die Scheiße. Digga zu uns, sorry. So, okay. Auch Magazine auf jeden Fall. Achso, das ist einer. Ja, okay, von uns ist das einer. Der hängt ja so... Oh, was war der denn da? Er hängt mit dem Fallschirm fest. Ich bin jetzt bei den Garagen. Läuft. Jetzt. Habt ihr vielleicht irgendjemanden, den ich von hinten töten kann? Weil ich bin ja grad hinter... Von hinten töten, Walter. Ja. Das könnte ein Pornotitel sein. Von hinten getötet. Aber guck doch mal, wo ich gerade bin. Kann ich grad nicht, sorry. Bin mitten, mitten in den Kaballer... Direkt hinter den feindlichen Linien. Also ich würde dir raten, komm einfach mal den Kaballer auf den Marktplatz. Da ist auf jeden Fall Action. Ja, ja, da bin ich grad hinter. Aber wenn ich da drauf renne, bin ich auch nicht sowas von, man. Ja, ne, ne, ne. No risk is no fun. Ich versuch grad ne Position zu finden, dass ich direkt auf den Marktplatz von hier schießen kann. Lebt mich mal wieder einer? Ja, ja. Ich hab eine gefunden. Wenn du die findest, da findest du dann einen bewaffneten Jeep mit vier Leuten, die den beobachten. Oh, ja gut. Das ist natürlich ernst. Mentor direkt parallel zu dir auf der Straße. Auf den Häusern ist auf jeden Fall einer in so einem Garten. Ja. Was haben wir hier? Ich renne jetzt gerade erstmal zu den Häusern hier hin. Ich geh weg. Ich geh weg. Einiger. Woah. Woah. Dankeschön, wer auch mal mich fett geheilt hat. Ich geh Flo. Ah Flo, dankeschön. Super, vielen Dank. Oh, hier. Hä? Jo, guck mal, guck mal links auf die Straße runter. Siehst du das? Da muss er hin. Okay, jetzt bin ich direkt am Marktplatz. Jetzt bin ich direkt hinten am Marktplatz. Ich hab keinen gesehen. Da muss ich kurz behandeln. Bis. Hinten. Hä? Ha. Ah, loadout. Hier war er. Wo ist er? Wo ist er hin? Auf wen schießt du? Oh Mann. Was ist denn hier für ein Bug? Weil mit einem Fallschirm. Schau jetzt. Okay. Ich hab's auch verstanden was er wollte, ne? Ja. Gute Nachricht auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab gesagt, der Krieg ist vorbei. Wir sollen die Waffen, die da liegen auf dem Marktplatz alle hinstellen. Also Leute, kommt mal mit. Stimme. Ah, da drüben auf dem Gebäude gegenüber. Gegenüber am Dach. Hier wo ich bin. Oh, mal von der Konglaube. Oh. Oh fuck. Ich hätte... Egal. Scheiß drauf. Hast du das bei mir? Auf der Straße ist auch noch einer. Nein! Warum sehe ich denn den nicht? Oh shit! Ich steppe. Boah. Ich hab auch echt... Das Glück, der ist kein einziger. Aber ich seh euch alle hier vorne direkt. Wie ihr da alle im Käpt'n seid. Ich hol' ich halt wieder. Ich hol' halt wieder. Ja, du musst einfach mal auf dem Marktplatz. Da ist voll die Action. Ja, ich bin grad mitten auf dem Marktplatz. Im Gebäude direkt gegenüber. Aber auf dem Marktplatz ist keiner. Kann mich einer heilen hinter dem Red Burger? Aber was haben wir... Ich kann links den aus dem Gebäude, kann ich wegholen. Weil da ist glaub' ich irgendjemand links im Gebäude... Genau hinter dem Red Burger, wo ich gerade behandelt werde. Da im Gebäude, dahinter auf dem Wackon sind zwei Leute. Der eine ist grad unten in den Radengaren, der andere ist jetzt oben oben gekommen. Ich seh' den einen da links im Gebäude. Siehst du das? Genau. Ich werd grad geheilt. Leute, Flo, gibt's in die Deckung? Oh, da ist... Äh, ich kann ja eh... Ich versuch's, ich komm mal runter. Ich seh' nicht, guck mich an. Dankeschön. Bitte. Geschafft. Ja, wir haben's geschafft. Da ist wieder einer auf der Straße. Da ist wieder einer auf der Straße. Da ist wieder einer auf der Straße. Hab' ich. Nice. Nice. Äh, Ralf, hinter uns. Siehst du diese Gebäude seien direkt hinter uns? Da sind mindestens zwei, drei Leute. Wir müssen von rechts anlaufen, dann über links. Okay, auf geht's. Komm mit. Oh. Geh hier rechts an die Wand. Und mit 135 durch die Stadt läuft. Da sind nämlich gerade eben... Direkt dahinter hat zwei von uns gestorben. Ist das eigentlich der Rheinsgebäude, oder was? Äh, pass auf. Vielleicht fahren wir schon wieder raus, kann das sein? Das kann sein, aber die Wand haben... Ja, pass auf, pass auf. War noch nicht mal eine Minute da. Okay. Aber die halbe Stadt brennt, ey. Extrem, ne. Ja, dass der Server das aushält. Respekt, ne. Aber manchmal gibt's echt so Faser. Da ist einer. Wo, 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 wo? Irgendwo auf der Straße läuft einer rum, dort auf der Straße. Wo, wo, wo? Wo? In dem Hochhaus drin. In dem Hochhaus oben drin, ja. Kann da sein, ob du bist mit einem Hummingbörter hingekommen? Nein. Ich seh nämlich drei Stück auf dem Dach. Ich weiß, die sind auch über mir auf dem Dach. Okay. Ich wollte eigentlich nach oben, aber ich kann da nicht nach oben, die Leiter funktioniert nicht. Kann nicht wer halten oder das ist schon schlecht. Nee, war die, war die, war die schlecht. Und das gibt doch Granaten. Ralf, 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 Ralf. Habe ich gerade gesehen, oben auf dem Dach. Ich werfe mal mit Granaten. Kann die auf dem Dach sehen. Wenn die nochmal rausgucken, dann töte ich mich. Wer heilt mich denn da so offen? Auf jeden Fall sehr nett von ihm. Das ist, äh, der Flo wird von mir gehalten gerade. Oh, du gegenüberste. Da hat einer mit dem Fallschirm gelandet. Ey, leck mich am Arsch. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich versuche ihn mal zu erwischen. Gibt Deckung am besten. Boah, Alter. Gewichtig. Ich muss den erstmal töten. Es kann nicht sein, dass ich ja den nicht heilfloh. Jo. Dankeschön. Meine Waffe ist weg. Wo ist denn der Typ? Kann nicht sein. Wo ist denn der gelandet im Haus dann? Glaub schon. Ich glaub, der ist im Haus drin. Vorsicht, Alter. Wir haben auch jetzt einen Moment. Alter. Oh, no. Ich hab keine Motion mehr. Ja, der eigene Mann killt. Glaub mir für mich eine. Dann würde ich spawnen. Oh, fuck. Ja, mich hat meine eigenen Leute gekillt. Ja, er belebt dich. Er belebt dich wieder. Er belebt dich wieder. Ja, okay. Alter, komm! Nein! Wie stehst du da neben? Ähm, Paddy, Paddy, du hast ihn. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Paddy, Krisator, Flo hinter euch kommt. Ach, Krisator und Flo ist tot. Paddy, hinter dir kommt einer. Ja, mir liegen tot da. Ja, da hat einer gerade wiederum gebracht. Der mich. Boah. Boah, krass, Mann. Wo sind die? Bist du wiederbelebt worden, Ralf? Nee, ich hab, ähm. Ich bin Flo, ich bin grad dabei nicht zu beschützen. Jo. Okay. Ja, Flo und Krisator liegen da, ne? Ja, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. So, Leute. Ich verabschiede mich mal wieder aus dieser Aufnahme. Wenn ihr wollt, dass ich längere Folge mache, sagt sie mir. Ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Ich liebe diesen Mode. Viel Spaß. Danke fürs reingucken. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Schaut auch auf Ralfinger TV bei Twitch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.